Ja, ich sage immer, man darf sich nicht so wichtig nehmen, weil letztendlich machst du deinen Job, genauso wie jeder andere auch. Dass du da nicht richtig behandelt worden bist, das glaube ich dir auch. Und ich bin auch keiner, der dann, ich sage mal, da Stimmung gegen den Verein macht oder gegen die Person macht. Null, muss ich nicht. Ich weiß noch, du hast natürlich auch mir, glaube ich, eine Nachricht geschickt. Ja, Glückwunsch, ah, wenn es Bayern ist. Ich finde halt, wir brauchen so ein bisschen mehr Offenheit. Wir denken immer so, wir Deutsche und wir, so wie wir leben, müssen alle leben. Nein. Du hast ja auch mal was Arschständiges gelernt. Deine Mutter hätte sagen, Bankkaufmann. Ja. Bist du Bankkaufmann? Ja. Kannst du dir vorstellen, auch mal Bundestrainer zu sein? Jetzt habe ich erst mal mit Bayern. Welcher Spieler ist so am heißesten? Würdest du sagen? So, wie manche? Ah, nee, ich meine... Radio Onnestand. Was heißt denn das, Radio Onnestand? Wenn du kein Deutsch kannst, dann lernst du halt Radio Anders, anderes Radio. Also Radio Onnestand. Hallo, ich bin der Harald Waldhof. Ja, Hans ist ein geiler für euch, aber im Moment läuft es nicht so. Aber dafür darf ich heute zugucken, wie man es richtig macht. Nämlich, der Hansi Flick ist... Ich kann es gar nicht... Ich kann es echt nicht fassen. Der Hansi Flick... Kennt ihr nicht? Er legt mich am Arsch, ihr Luftpumpe! Hansi Flick muss man kennen. Hansi Flick ist... Äh... Was ist er? Ja, genau. Cheftrainer. Der ist Cheftrainer von Bayern München. Und das muss ich erst mal schaffen. Aus der Region, dass die uns überhaupt verstehen, wenn der deine Anweisungen gibt. Das sind ja... Das ist ja Multikulti. Manche verstehen wahrscheinlich gar keinen Deutsch. Aber der kann das. Der macht so... Man guckt das so mit seinen blauen Augen. Und dann machen die das, was der sagt. Der ist brutal. Hansi Flick, der fliegt alle zusammen. Der ist einfach ein geiler Typ. Und der ist auch direkt... Also das liebe ich an dem. Der ist so, wenn... Der kann ja fluchen auf dem Platz. Der kann sagen... Ihr Luftpumpe! Bläh, bläh, bläh! Und das versteht ja keiner an dem seinen Dialekt. Und das ist das Geile am Hansi. Der kann sagen, was er will. Sogar zum Hönes. Und da gesagt... Da lacht der halt, der Hönes, weil er es nicht versteht. Aber an sich macht er das richtig. Und deswegen finde ich den geil. Und das ist einer von der Region. Der ist heute ohne Steffzuguck. Und der Bühle macht heute den Podcast wieder. Vielleicht kann er uns ein paar Tipps geben, wie es was der Waldhof besser machen kann. A la hub. Los geht's. Herzlich willkommen zu Bühlens Podcast oder Radio Onasta. Hansi Flick, ohne Scheiß. Ich kann es... Wenn ich gucke... Ich sehe Hansi Flick. Tatsächlich Hansi Flick. Kein Doppelgänger. Hansi Flick, der macht normalerweise nie Interviews. Er ist immer für sich. Nein. Aber bei mir ist er... Und da freue ich mich. Und wir sind alle total stolz. Der jetzige, aktuelle deutsche Meister. Und Pokalsieger. Ich habe mich schon informiert. Doppel hat er schon. Und es Trippel. Frage ich ihn gleich, ob ich es schaffe. Und ja, erstmal großen Applaus. Wir haben heute ein paar Leute da. Alles sitzen in so einem Abstand. Aber gib mal einen schönen Applaus heute an Hansi Flick. Hansi. Jetzt fragen sich natürlich einige, hey, wieso macht der jetzt Podcast mit Hansi und ich nicht. Das hat auch seine Gründe, weil wir sind, kann man schon sagen, befreundet. Wir schreiben uns ab und zu. Oder ich nerv dich. Und du warst ja... Wir haben uns... Ich weiß noch ganz genau, wie wir uns kennengelernt haben. Irgendwo in Frankfurt im Hotel. Da hast du so Hallo. Aber auch sehr zurückhaltend warst du immer. Du warst nie so einer, der so... Hey, mal zuspielen, Hansi Flicks oder immer so. Und ja, so haben wir uns irgendwie kurz unterhalten. Und dann haben wir uns irgendwann mal... Dann warst du mit deiner Frau bei mir in der Show. Genau. SRP-Arena. Danach haben wir uns noch gut unterhalten. Genau. Meine Frau auch. Haben wir uns super verstanden. Und dann warst du irgendwann in meiner Stiftung. Bülent Schellen für Kinder Stiftung. Da waren wir alle so stolz, dass du dabei bist. Und ja, und dann kam irgendwann hier Bayern München. Ist ja krass. Ich meine, ich habe ja jetzt wirklich bei Wikipedia, habe ich mich jetzt nochmal informiert. So wie man das macht. Ohne Scheiß. Bammental. Als Nückeloch. Ja, aber in Heidelberg geboren. Genau. Bammental aufgewachsen. Nee, Mückeloch aufgewachsen. Ach, Mückeloch. Falsches Wikipedia. Ach, sich. Falsches Wikipedia. Stimmt. Stehen ja manchmal Namen drin, die ich... Nein, Mückeloch aufgewachsen. Meine Frau ist aus Bammental. Ah, okay. In der Region geblieben. Also von daher... Aber ihr redt Kurpilz, nicht wahr? Ja. Oder ist es schon Odeville? Na, weiß jetzt nicht ganz genau, was das ist, aber ganz so Dialekt hoffe ich, dass ich nicht... Deinen Dialekt habe ich nicht, aber... Aber du sprichst schon... Schon, ich kann das auch. Aber hab ich nicht, hast du eben gesagt. Das liegt an Bayern jetzt. Das hab ich nicht gesagt. Das weiß ich nicht genau. So irgendwie durch das, dass wir öfters mal in München waren oder auch gelebt haben eine Zeit lang, ist es glaube ich schon so ein bisschen auch drin, ja. Du hast ja... Ich meine, du bist 1965 geboren? Genau. Krass. Ende Februar? Alles Gute. Spion. Nein, aber ich hab, das ist so unglaublich. Als ich dann gesehen hab, dass du eigentlich auch schon Großvater bist. Und ich guck dich an und denk, was, der ist Großvater? Das hab ich dir damals schon gesagt, als wir in der Stiftung satzen. Hab ich gesagt, wie geht das? Also ich mein, guck mal, guck mal, ich mein ihn an. Das ist... Seine Frau sieht auch super jung aus. Also es ist unglaublich. Ist es der Sport, der dich so jung und fit hält? Oder... Ich glaube, das liegt in der Gene, weil meine Mutter hat mich mit 16 bekommen. Also von daher, ich war Wunschkind, sagt sie zumindest immer. Was mit 16? Hab ich noch nie gehört, aber geil. Ich auch nicht. Ich hab sie auch nicht abgenommen, aber... Ja, nein, es hat halt einfach gepasst. Und meiner Frau haben wir auch relativ früh Kinder bekommen. Du hast sie früh kennengelernt auch, denk ich mal, wenn du schon Großvater bist? Sie war 15, ich war 18. Wow. Aber wir haben ein bisschen gewartet, bis 16 dann Kinder bekommen. Ja, ja, klar, nötig, dass es wieder heißen wird. Genau. Aber das muss man auch erstmal schaffen, in dieser ganzen Branche. Du warst ja dann auch Bayern-Spieler. Ich meine, es ist ja so, als Fußballer ist man begehrt, als junger Mann sowieso. Und alles, ich finde es bewundernswert, wenn man, auch in meiner Branche, ist es manchmal sehr schwer. Man sieht ja so oft, sind wir getrennt, dies und was. Ich finde es echt bewundernswert. Das sieht man, dass du auch, ich denke mal, da hast du auch diese Bodenständigkeit her, dass du gleich die tolle Frau kennengelernt hast, dann deine Eltern und so weiter. Weil das ist ja das, was die Leute immer alles sagen. Der Hansi, der ist normal geblieben. Das ist so, was ich gerne immer höre, weil ich mag eigentlich Leute überhaupt nicht, wenn die, nur weil sie dann Erfolg haben oder irgendwas, die Nase oben tragen. Ich meine, man kann scheiß, babbeln und allem, aber so, dass man dann einfach so denkt, man ist jetzt einfach was Besseres. Das hast du nie, nie, nicht eine Sekunde irgendjemandem gezeigt. Und ich denke, deswegen sind auch so Bilder, die ich gesehen habe, wo du dann deutscher Meister jetzt geworden bist und wo die Mannschaft dich so hochgeschmissen hat, das macht man ja auch nicht mit jedem Trainer. Da ist ja schon eine Verbindung da. Wie erklärst du dir das? Ja, nein, es ist, also für mich ist es natürlich auch immer so eine Sache. Also ich, wie gesagt, meine Frau kennengelernt und das ist natürlich immer auch so, du musst einfach, passt es nicht und bei uns hat es halt gepasst und ist jetzt halt immer so. Und ich denke immer noch so und ich denke halt einfach, dass es natürlich auch wichtig ist, dass du weißt, wo du hingehörst. Und ja, ich sage immer, man darf sich nicht so wichtig nehmen. Letztendlich machst du deinen Job genauso wie jeder andere auch und die genauso, ich sage mal, so eine Aufgabe haben, die, ja, wo auch viel verlangt wird, viel erwartet wird, aber die einen tollen Job machen. Und ich glaube einfach, dass es immer wichtig ist, dass man Menschen auch mit Respekt, mit Wertschätzung auch gegenüber tritt. Und das sind so Dinge, die für mich wichtig sind. Und deswegen, glaube ich, kommt es auch im Moment ganz gut an. Und ja, wir alle wissen natürlich, dass in dem Job, wenn du erfolgreich bist, das natürlich immer einfacher ist. Wenn es dann nicht mehr ganz so erfolgreich ist, dann musst du natürlich auch versuchen, dass du deine Linie dabei behältst. Das versuche ich natürlich auch. Aber da hast du ja auch eine Achterbahnfahrt hinter dir. Ich meine, das, was man so liest, bei dir ging es ja nicht einfach nur so einfach nach oben, sondern da sind auch beruflich, sage ich mal, auch Rückschläge da gewesen oder zumindest mal, die jetzt nicht von dir bestimmt beabsichtigt waren, sondern einfach, weil es einfach so war, Umstände, dies oder das. Ja, letztendlich kannst du sagen, Hoffenheim war es immer so, so auf der einen Seite war zweimal, also einmal als Trainer, wo entlassen wurde, wo dann, ja, auch ein neuer Schritt kam. Ja, kurz Salzburg, aber dann auch DFB, was für mich sehr, sehr erfolgreich war und jetzt auch wieder, ja, auch wieder in relativ kurzer Zeit. Und das muss ich schon sagen, dass das an mir schon genagt hat, weil das natürlich auch bei uns in der Region ist, weil ich mich ja auch da mit der Region identifiziere. Und das war dann schon tough, aber letztendlich muss man die Dinge auch so akzeptieren und man muss nach vorne schauen. Und dass natürlich jetzt Bayern München gekommen ist und dass dann das Nächste kam, einfach mal auch dann so positiv sich dann entwickelt hat, ja, das hätte ich auch nie am Anfang gedacht. Und ja, deswegen kann man sagen, die zwei, ich sage mal, Perioden oder die zwei mit Hoffenheim, wo ich einmal als Trainer, auch als Geschäftsführer dann gearbeitet habe, das war letztendlich der Wendepunkt auch immer. Immer dann, dann ging es bergauf und ja, deswegen bin ich dankbar und gucke auch da nie zurück. Also ich bin immer gerne einer, der in dem Hier und Jetzt lebt, natürlich klar mit Zielen in der Zukunft, aber alles andere, was zurückliegt, das habe ich verarbeitet. Aber war schon so ein Haifischbecken in Hoffenheim, kann man das so sagen? Ich meine, ist Fußball nicht an sich ein Haifischbecken. Ich glaube, das sind bei vielen Vereinen, aber bei vielen Firmen auch so. Ich meine, da ist ja schon Neid auch da. Ich meine, du warst ja auch in gewissen Positionen. Ich meine, das merkt man ja in jeder Branche. Das ist ja das Komische. Jeder sagt, hey, der ist doch so sympathisch und das ist er. Das kann ich voll bestätigen. Und es gibt aber immer halt Typen, ich sage jetzt gar keinen Namen oder irgendwas, ich will auch gar kein Bashing machen, aber es gibt halt immer auch in der Szene und das ärgert mich dann. Und auf der anderen Seite hat mich das jetzt total gefreut. Also man muss jetzt nicht mal Bayern-Fenster, wenn man dich als Mensch kennenlernt und weiß so ungefähr, was so ein bisschen da abgegangen ist in Hoffenheim. Gut, der eine sagt das, der andere weiß das vielleicht noch und der andere erzählt das. Man kriegt natürlich tausend Sachen irgendwie mit. Letzten Endes ist mir das auch relativ egal. Aber dass du da nicht richtig behandelt worden bist, das glaube ich dir auch. Oder beziehungsweise dass du da Sachen erlebt hast, die jetzt vielleicht nicht toll waren. Aber dass du dann gar nicht, du bist ja gar nicht so einer, der dann so rumschimpft, sondern der sagt, okay, das ist die Sache, die ist passiert. Also dann einfach nochmal, das sind halt immer mal wieder im Geschäft, im Leben allgemein, das sind Dinge, die passieren und es passen nicht. Und dann muss man Schlussstrich ziehen. und das haben wir gemacht. Und dann ist es auch okay, da muss man nach vorne schauen. Und ich bin auch keiner, der dann, ich sage mal, da Stimmung gegen den Verein macht oder gegen Personen macht. Null muss ich nicht. Ja, es geht weiter nach vorne und ich sage mal, das, wie es jetzt verlaufen ist auch, gibt mir ja recht. Ja, voll. Das sind alles Dinge, die, wie soll ich sagen? Das ist genug Tug? Nein, genug Tug, das mag ich nicht. Weil mir geht es einfach darum, ich muss mich nicht produzieren gegenüber anderen oder was weiß ich, sondern mir geht es einfach nur darum, mir macht die Arbeit Spaß und das ist immer mit Grundvoraussetzung. Und ich sage immer, es gibt so drei Punkte. Es muss Vertrauen da sein in einem Team, es muss Qualität da sein und man muss gemeinsam Spaß haben. Und wenn du das hast, ja, also Vertrauen ist mit das Wichtigste. Vertrauen, Realität, Respekt, auch das daxiert alles dazu, Wertschätzung und die Qualität von jedem Einzelnen. Das ist ja auch nicht nur, dass es die Spieler sind. Es gibt auch ein Trainerteam, es gibt ein Physios, es gibt Ärzte, alle drumherum müssen auch ihre Qualität mit einbringen, ihre Expertise. Und das sind so Dinge, die dann ein Team ausmacht. Und wenn jeder dann auch noch sich, ja, wie soll ich sagen, gewertschätzt fühlt, dass er sagt, okay, ich kann mich da in das Ganze mit einbringen, ich sehe mich auch in der Zielsetzung, ist er umso schöner. Und die Art und Weise, wie die Mannschaft dann auch auf dem Platz agiert, ist einfach Genugtuung, ist er mal für mich jetzt als Trainer oder für uns Trainerteam, weil es macht so viel Spaß, so viel Freude. Und das sind so Dinge, die am Ende dann letztendlich auch entscheidend sind, wenn du ein Team hast, ja, und du gemeinsam auch dann die Ziele versuchst auch zu erreichen. Wir alle wissen, ja, dass es nicht immer gut gehen kann. Aber am Ende ist es so, du musst top vorbereitet sein und du musst dann, wenn es darauf ankommt, ja, auch 100% performen, 100% deine Leistung auch einbringen, ja, wenn dann am Ende der Gegner besser ist, und dann ist es halt so, ja, dann musst du es halt vielleicht akzeptieren. Aber entscheidend ist immer, dass du 100% gibst, 99% oder 98% und das ist so mit das, was auch die Mannschaft auszeichnet. Ja, und das merkt man auch bei dir auf dem Platz, wenn man dich beobachtet oder wie du halt auch bist von deiner Art, da kann ich mir gut vorstellen, wenn du ja so ein junger Spieler, ne, der braucht auch einen Respekt bei so einer Vorbildfunktion. Ich meine, klar, die Geschichte kennt man ja von dir so, hier auch Co-Trainer, dann 2014 Weltmeister geworden und so weiter und man hat aber immer das Gefühl gehabt, ja, da ist der Jogi, aber der Hansi, der macht, der trainiert dich so. Also so war es immer manchmal, ich bin jetzt nicht der Fußballer, aber man hat immer so das Gefühl, du bist ja auch immer der Zurückhaltendere, immer so ein bisschen, also klar, weil du sagst, ich muss da jetzt nicht immer mit Punkt stehen oder irgendwas, aber ich glaube, das war auch der Erfolg, was die Spiele angeht, dass die sagen, das ist nicht einer, der sagt, ich bin hier Trainer von Bayern München, sondern ich will euch einfach gut trainieren, ich will, dass ihr den besten möglichen Erfolg habt. Ich glaube auch, dass daher kommt, vielleicht täuscht mich, aber ich denke schon, dass das daher auch der Erfolg auch kommt, dass die Spiele auch nicht nur für sich spielen, auch für dich, auch mit, weil die sagen, hey, du hast uns das und das beigebracht oder die Worte zu mir gesagt, weil es sind ja nett, ich glaube, ich kenne mich ja nett aus in diesem Training, aber ich glaube, das sind ja junge Spieler, die haben auch ihre Problemchen. Also ich denke mal, da ist ja jetzt nicht nur, dass da einer sagt, ich kann jetzt nicht mit links kickern oder mit rechts, sondern da kommt einer und sagt, ey, ich habe das und das Problem, vielleicht so ein privates Problem oder irgendwas. Und ich glaube, dass du ja auch eine Person bist, die noch ganz andere Aufgaben hat in dieser Mannschaft, dass man mal mit dem einen oder anderen Gespräch führt. Ist das so? Ja, es ist schon so. Man hat natürlich auch die Tür offen im Büro. Das ist nicht nur dahergesagt, sondern es ist auch so und man spricht auch über andere Dinge. Man interessiert sich ja auch, man muss sich auch interessieren. Und ja, das ist für jeden wichtig. Und wenn du jeden, ich sage mal, Udo Latteck hat immer gesagt, ich mache meine Spieler lieber einen Kopf größer. Und es ist auch, wenn sie Vertrauen haben, dann sind sie einfach kreativer. Dann wissen sie auf dem Platz auch, was ihre Stärken sind und ganz elementar. Und ich will vielleicht noch was zur Nationalmannschaft sagen, weil das natürlich immer so ein Thema ist. Also ich muss einfach sagen, Jogi Löw, Oliver Bierhoff, Andi Köpke und ich, wir waren vier Leute da und wir haben uns blind vertraut. Und Jogi war halt mit vorne dran. Das war der Leader, das war der Chef. Und wir haben unsere Arbeit getan. Und um das geht es letztendlich auch. Du musst wissen, für was du eingestellt bist oder was deine Rolle ist. Und die musst du auch spielen. Und das ist auch gut so. Und am Ende des Tages ist er, er steht klar, auch in der Sonne, wenn es gut geht, aber er stand auch 2012 im Regen. Und deswegen ist es auch immer so eine Sache. Die Verantwortung, die er dann hat, für die er steht, das ist natürlich auch immer so eine Sache. Und deswegen sage ich, wir haben das gemeinsam gemacht. Ich habe meine Aufgabe gemacht. Ich habe ihn versucht zu unterstützen. Und das sind so Dinge, da kann man nicht sagen, er hat dann das Training gemacht. Oder nein, wir haben das alles gemeinsam gemacht. Und er ist auch einer, der mir sehr, sehr viel vertraut hat und ich auch vieles von ihm übernommen habe. Er hat einfach auch eine Art gehabt, eine ruhige Art. und deswegen, deswegen finde ich einfach das. Ich glaube, ich habe bei Bambi verlangen, euch mal kurz zu halten. Ich sage es ganz, ganz, auch eigentlich so zurückhaltend. Er ist zwar da jetzt, klar, so gepusht worden auch so, klar, als Schifftrainer, aber im Grunde genommen seid ihr euch da, glaube ich, ein bisschen ähnlich, was so Bodenständigkeit angeht. Ja, und das ist auch unsere Art und Weise, wie wir über Fußball denken, ist halt gleich. Und das war auch so stimmig. Und deswegen ist er auch so, er war federführend für den Erfolg der Nationalmannschaft. Das hat natürlich auch, ich sage mal, so ein bisschen auch der Stil oder die Philosophie, war einfach ein schöner Fußball und Offensivfußball. Und das haben wir alle genossen. Für das stand er und das ist auch gut so. Kannst du dir vorstellen, auch mal Bundestrainer zu sein? Jetzt habe ich erst mal mit Bayern München, jetzt habe ich erst mal mit Bayern München noch einiges vor mir. Aber ich sage immer zu meinen Freunden, der Hansi, die wird irgendwann noch Bundestrainer. Weil du bist jetzt, du strahlst es einfach aus. sag mal so, du hast es einfach, für mich hättest du es verdient so, weil du bist halt einfach, wenn man dich natürlich, ich sage euch ganz ehrlich, wenn ihr den einmal, ob ihr Bayern mögt oder nicht, wenn ihr den Hansi, wenn ihr den Hansi kennenlernen würdet, so wie ich die Möglichkeit gehabt habe, ey, das muss ich sagen, ehrlich, da bin ich auch stolz irgendwo. Also, ich bin nicht stolz auf deine Leistung, aber ich bin stolz auf deine Bodenständigkeit, die du, also, ich mag halt einfach so Menschen. Und ich glaube, deswegen verstehen wir uns. Ich weiß noch, du hast natürlich auch mir, glaube ich, eine Nachricht geschickt, ja, Glückwunsch, ah, wenn es Bayern ist, oder? Oder war es so ähnlich, oder? Naja, aber ja doch, ja. Okay, ich habe dir verziehen, aber jetzt pass auf, jetzt kann man nur, weil das, da habe ich was mitgenommen, gell? Und da du ja schwarz trägst, haben wir alle Kostüme, ich sehe das als Kompliment, ich sehe das als Kompliment. Genau. Deutscher Meister, die Acht. Genau. Ach, geil. Und hier sind die ganzen, 1932 schon. Ja, war das Erste. Und Wiggy Peter, wann war ich dabei? Komm, jetzt frag mal. Du, wann, als Bayern-Spieler? Ja. Auf, 1900, warte, warte, Da kannst du gucken, A, B, C oder D. Du warst 86, 90, 90. Ja, was jetzt? Also, ja, du warst so mehrere Jahre Bayern-Spieler. Ja, also, wann? Von 86 bis 90. Oh, gut. wow, 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 ich habe es geschafft, ich werde, jetzt bin ich Mitglied. Soll ich es einlegen wieder? Ja, nein, ich nehme das. Okay, das nehme ich mit. Alle Hoffenheimer und, gut, ich bin jetzt in Hoffenheim, aber Waldhof-Mornern wird sagen, boah, ist das so berührt? Ja, ich habe es berührt. Aber ich finde es geil, also, ich muss sagen, cool, vielen Dank, ich sehe das wirklich als riesen Kompliment. Hört sich so? Nein, vielen Dank, nein, ich nehme das wirklich mit. Ich lege es nochmal kurz hin, das kann man mitnehmen, weil ich habe hier so ein paar polnische Techniker. Mal aufpassen. So, apropos hier, siehst du, jetzt mache ich schon so Witze, aber das finde ich ja das cool an dieser deutschen Nationalmannschaft, dass es multi-cool ist. Der Löw hat ja auch schon mal, ich glaube, bei der Bambi-Verleihung, hat er auch mal eine richtige Rede gehalten, was das angeht. Fand ich mega gut. Und jetzt ist es ja gerade auch wieder voll die Debatte, Black Lives Matter und Rassismus und so weiter, ist natürlich immer auch ein Thema. Und ich habe mir jetzt mal die Mannschaft nochmal genauer angeguckt. Ich meine, auch die Namen, das stelle ich mir zum Beispiel super schwierig vor, da sind ja Namen dabei, also was multi-cool die Namen, also Bülent geht noch auszusprechen, da sind ja teilweise Namen dabei. Was machst du dann? Das geht alles. Sagst du nur die Zahl, die Nummer, 20, ne, also ich kann, ich kann mit den Namen, mit den Namen ganz gut. Auch diese ausländischen Namen, also die, wo du sagst, sprichst dann so richtig aus, so. Ja, ich habe meistens die Spitznamen, die sind dann einfacher, weißt du. Ja? Ja. Was hat der Boateng für den Spitznamen? Boateng sei Jerome. Jerome, also. Jerome. Aber das ist es gut, das sind ja richtig, ist ja wirklich Multikulti, also richtig viele Deutsche gibt es nicht. Das ist ja, das ist in jeder Mannschaft. Also so richtig wie man sich das so vorstellt. Gibt auch, aber ich meine, das ist, weißt du, wir machen uns da gar keine Gedanken, also wir, wir haben ja, ich sage mal eine Mannschaft, die von überall aus der Welt kommt und da sage ich, wir erleben das jeden Tag, tagtäglich und jeder akzeptiert einen so, wie er ist und ganz egal, wirklich und das, das ist einfach so, da muss man, da muss man einfach auch das sehen und da ist die Mannschaft, alle die da mit dabei sind, absolutes Vorbild und deswegen verstehe ich auch nicht, dass manchmal, ich sage mal, auch teilweise von Fans Äußerungen kommen, weil sie natürlich auch die Mannschaft ja unterstützen und wir bestehen halt aus einer multikulturellen, ja, wie soll man sagen, Gruppe, wir sind eine multikulturelle Gruppe und deswegen ist es halt einfach, das ist in der heutigen Zeit einfach nicht mehr zeitgemäß, muss man wirklich sagen, das ist einfach, das kürze ich nicht mehr. Genau und das finde ich, darauf will ich ja hinaus, dass du genau das, du hast so geantwortet, wie ich es gerne habe, weil das ist ja das, es muss, es ist schade, dass man immer wieder darüber reden muss, aber leider kommt es immer wieder hoch, ich habe schon immer, du weißt es selber, in meinem Programm, wo jetzt das noch nicht war mit George Floyd und allem, wo ich schon immer zwar Witze über alles möglich gemacht habe, auch über mich selber, einfach, einfach um auch die Vorurteile wieder zu brechen, dass im Grunde genommen, es ist scheißegal, woher man kommt, hauptsächlich das Mensch und verhält sich korrekt zueinander und ich glaube, das ist das, was du ja auch vertrittst und was auch die, ich sage immer, wenn man die Nationalmannschaft anguckt, dann dürfte es eigentlich, weil so viele ja den Fußball lieben und auch die Bayern hier, die ganze Mannschaft ist ja, sind ja viele da drunter auch in der Nationalmannschaft, da müsste das Thema, auch bei den Fans, dürfte eigentlich gar kein Thema mehr sein, weil guck mal, die schießen die Tore, der hat vielleicht aus afrikanischen, sag ich mal, Wurzeln oder wie auch immer und der schießt das Tor oder wie auch immer und die Bayern schreien alle, wow, aber weil er jetzt bei Bayern spielt und die sind auch Bayern-Fan, aber teilweise sind ja darunter auch Fans, wo ich mir sagen würde, warum schickt man die nicht einfach für immer weg, ich meine, kann man das überhaupt so aussortieren, das ist auch manchmal schwierig. Das ist schwierig, aber klar, ich meine, die Haltung, die muss halt anders sein und ich meine, du hast ja gesagt, Nationalmannschaft, jede Vereinsmannschaft, jede Mannschaft, Amateurmannschaft, alles bis runter in die kleinsten Ligen ist ja auch alles Multikulti und deswegen ist es einfach so eine Sache, ich finde halt, wir brauchen so ein bisschen mehr Offenheit, Offenheit auch für andere, für andere, ja, wie soll man sagen, für andere Kulturen und so, wir denken immer so, wir Deutsche und wir, so wie wir leben, müssen alle leben, nein, also man muss da schon sehr, sehr offen sein. Ich finde es gut, dass du das sagst, weil gerade als Cheftrainer jetzt und als Deutscher Meister, wie auch immer, der Fußball hat so eine große Macht in Deutschland, auch weltweit und ich glaube gerade, wenn ihr das so betont und das immer wieder auch sagt und vielleicht auch irgendwann sagt, hey, wenn ihr so weitermacht, solche Fans wollen wir nicht haben, die so drauf sind. Ich glaube, das ist wichtig für viele, die zum Beispiel, so wie ich jetzt, auch Papa Türk und Mama Deutsch, also wir brauchen auch solche Leute, genauso wie auch manche von mir das erwarten, dass ich dazu was sage. Meine große Tochter zum Beispiel, hat gesagt, hey Papa, warum hast du nichts gepostet hier wegen George Floyd und so. Ich so, ja Moment mal, es gibt ja so viele Themen, die du jeden Tag posten könntest und sagen, aber ich habe es dann nochmal für meine Tochter auch nochmal betont, weil sie gesagt hat, das muss ich schon machen jetzt. Alles klar. Und ich finde, das ist so traurig, dass es halt immer wieder so Sachen gibt und ich glaube, der Fußball hat da unheimliche Macht und ich weiß, Ich glaube, man muss jetzt auch nach dem Corona, mit jetzt zum Beispiel Joshua Kimmich und Leon Goretzka, aber es sind auch andere Spieler, die wahnsinnig viel auch Solidarität gezeigt haben und die haben gespendet und man muss schon sagen, dass die Spieler heutzutage schon auch wissen genau, was in ihrer Verantwortung liegt und so. und die wissen ganz genau, dass sie auch mal ihr Wort oder ihre Stimme erheben müssen oder können und die machen das auch und ich finde, was da abgelaufen ist, das finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert und das ist immer so, man hat immer gesagt, ja, die Spieler, die verdienen so viel Geld und und und, die können das ja auch, aber nein, die machen da auch, die sind auch mit Herzblut dabei. Das ist ja auch so die Frage mit dem Geldverdienen. Manche sagen, warum dürfen die jetzt Fußball jetzt zum Beispiel gerade in der Corona-Zeit, da ist doch immer Geld natürlich eine Rolle, spielt eine Rolle, die dürfen, die anderen dürfen noch nicht so richtig spielen oder habe ich gesagt, ja, weil Volleyball oder Handball oder beziehungsweise Basketball ist halt jetzt nicht so, ist schon populär, aber halt wahrscheinlich, da ist eine andere Lobby dahinter, sage ich mal und eine andere Macht von Geld und so weiter. Oder wie sich das Ganze ist ja auch kritisch gesehen. Warum dürft ihr, warum dürfen die anderen nicht? Also ich glaube jetzt erst mal, erst mal, dass die DFL und das haben die echt super gemacht, einmal auch ein Konzept erstellt hat und sagen, okay, das wären die Voraussetzungen, also auch wie ich ein schlüssiges Konzept erstellt haben, damit man wieder spielen kann. Ja, das muss ja alles abgesegnet werden von der Regierung und darüber hinaus ist natürlich auch ein wahnsinniger Wirtschaftszweig. Ja, es ist ja nicht nur, dass da, ich sage mal, elf Spieler oder 22 Spielen einen Ball nachrennen und dann ist es vorbei, sondern es ist wahnsinnig viel, was da auch bei jedem Verein an Arbeitsplätzen vorhanden sind und die dann irgendwo dann natürlich auch, wo man sagen muss, okay, eventuell trifft es dann die auch. Man hat jetzt bei einem Verein, Schaltung 04 zum Beispiel, wo dann auch Mitarbeiter gekündigt wurden und das ist Gott sei Dank, ich sage mal, jetzt in München auch, weil die Spieler, aber bei vielen Vereinen oder wahrscheinlich bei allen Vereinen die Spieler auch auf Geld verzichtet haben und nebenbei haben sie noch, ich sage mal, gespendet, so, ja, in großem Stil und das finde ich einfach gut und da wissen die Spieler schon, dass man da auch eine Solidarität auch zeigen muss. Wie war das für dich jetzt persönlich, diese Corona-Zeit? Ich meine, ich habe das, für mich war es ganz schlimm, also im März, das so richtig in den ganzen Shows, in der Kultur ist ja, die Kultur ist ja richtig bestraft worden, also richtig, also was auch so, auch was Geld einbringt, wir haben ja keine Lobby auch so, wir sind ja dreieinhalb Millionen Beschäftigte in der Kultur, muss man auch mal dazu sagen und wir, nach der Automobilindustrie sind wir, was Geld einbringt für Deutschland, an zweiter Stelle auch. und wir sind ja auch genau, jetzt versuchen jetzt auch so, wie ihr im Fußball versuchen, wir jetzt auch Hygieneregeln, dies und das, dass man wieder im Theater spielen kann, aber letzten Endes ist für viele in der Kultur jetzt, also es gibt ja viele Lockerungen schon, aber bei uns ist es so, dass da viele kurz verzweifeln auch schon, weil wenn du jetzt, klar, ich hatte jetzt viel Erfolg, Gott sei Dank, bin ich auch dankbar, ich habe auch gesagt, meine Crew und so weiter, guck, wenn ihr Probleme habt, ich versuche euch da durchzubringen, irgendwas und wenn der Staat nicht mehr weiterhilft, aber psychisch auch, was ist mit Leuten, jetzt nicht nur das Finanzielle, ich meine, wie war das für dich psychisch, als das, als es anfing, jetzt ist Corona, jetzt wird das gestrichen, das und das, das findet nicht mehr statt, ich meine, am Anfang war ja auch, im März, April war ja erstmal richtig so Lockdown, war das für dich so, wo du gesagt hast, okay, es ist so oder hat es schon, konntest du es überhaupt glauben, also für mich war das so, es war erstmal nicht real, ich musste es erstmal realisieren, was da gerade passiert. Also real, real war es glaube ich am Anfang auch nicht, also so hat man es empfunden, aber man gewöhnt sich, orientiert sich dann auch mit dem Ganzen, also wenn es jetzt, ich sage mal, ich gehe immer nur aufs Private und da geht es ja auch darum, du gehst einkaufen und hast dann, wie sagen wir, die Maske oben und dann ist es halt so, dass du die Menschen, die Mitmenschen, die dann auch in dem Laden sind, ganz anders anschaust. Du scannst sie ab, sagst, okay, boah, da schwitzt ein bisschen, okay, da bleiben wir ein bisschen weiter weg. Also es sind einfach so Dinge, die, so das normale, das normale Miteinander, das hat halt, wie ich, das leidet halt oder es hat zu dem Zeitpunkt gelitten. Bei uns muss man ja sagen, in unserer Branche ist es natürlich so, die Spieler oder auch wir, wir durften ja nicht in dem sozialen Leben so teilnehmen. Der wurde richtig abgeriegelt. Das heißt, wir haben praktisch auch häusliche Quarantäne gehabt. Also wir durften normalerweise auch nicht irgendwo hin essen gehen und wir mussten halt zu Hause alles machen. Das heißt, Säbener Straße und dann zu Hause und ansonsten darfst du halt nicht in die Biergärten und so, wo halt alle anderen dann reingehen und das, ja, es war halt einfach auch Bedingungen, dass wir weitergespielt haben. Weil ansonsten die Gefahr einfach zu groß ist, dass sich irgendjemand ansteckt und ich bin wirklich, wir sind alle happy, dass es bis zum Schluss einfach so geklappt hat und ich glaube, am Freitag vor dem Pokalfinale war unser letzter Test und es war, glaube ich, mit dazu knapp um die 20 Tests haben wir in der Zeit gehabt und das ist natürlich schon enorm. Wir waren alle happy, dass es dann am Abend hieß, wieder unsere Teammanagerin Katrin Krüger verschickt dann alle Tests in negativ und es war dann schon ein gutes Gefühl, weil wir einfach auch, wir gedacht haben, Mensch, auch Bedenken hatten, dass das bis zum Schluss so durchgezogen wird. Stimmt, wenn das gewesen wäre, hättet ihr das Spiel nicht spiegelt? Ja, wahrscheinlich nicht oder es wäre halt dann, verschoben? Es wäre halt dann der Spieler wahrscheinlich isoliert worden. Also durch das, dass wir halt natürlich auch im normalen Umgang miteinander auch immer gucken, bis auf das Mannschaftstraining, wo alle zusammen sind, dass man halt auch Abstand wartet und deswegen hätte man da vielleicht nur ein Spiel raus tun müssen. Ich habe ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist mit dem Mundschutz, ich sage immer, wenn ich auf der Bühne stehe, erzähle ich das immer, wie geht es euch mit dem Mundschutz? Und ich sage, jetzt weiß ich, was die Deutschen gelitten haben unter uns Türken, ich rieche jetzt diesen Knoblauch. Verstehst du das? Weißt du das? Jetzt putze ich echt vorher immer die Zähne, um den Mundschutz anzuziehen. Aber jetzt haben wir Abstand. Alles gut. Aber jetzt nur mal kurz zu dir. Du hast ja, als ich das mitgekriegt habe, dass du, ich meine, wir waren ja noch in der Stiftung zusammen und dann hast du uns gesagt, hey, pass auf, Bayern hat angefragt, dann war es ja echt mal so, zumindest mal habe ich es auch so gelesen, weil wir haben da auch jetzt nicht dauernd uns unterhalten, dass ihr dort reden. Ich würde zwar gerne jeden Tag, aber der Antwort immer irgendwie. Aber da habe ich gelesen, dass du, es war einfach nur für ein Spiel, vorgesehen erst mal, dass du kurz ersatzst. Für zwei Spiele. Oder zwei Spiele. Und die waren so gut, oder das war so super, dass die gesagt haben, ah ne, mach schon einen Monat. Ja, es ist was. Weil die haben ja immer einen Trainer gesucht, irgendwie, und dabei haben sie schon vor, waren doch schon da eigentlich, aber die haben das noch nicht so sehen wollen, dass du jetzt der Schifftrainer bist, oder wie, das verstehe ich nicht so ganz als Laie. Das muss ich mal kapieren. Weißt du, da ist einer so, ja, der Hansi, der war immer Co-Trainer. Genau, ja. Ich habe so das Gefühl gehabt, das ist so wie manchmal, ich war ja bei Mars Singer, ich habe schon immer gesungen, schon immer habe ich Rocklieder gemacht, dann war ich bei dieser Fansshow, dann haben die Fans und alle wahrgenommen, ah, der singt auch. Und dann seitdem muss ich, mache ich Comedy und werde auch zu Gesangshows teilweise eingeladen. Das ist ganz komisch. auch für mich so wie so ein, weil die immer gesagt haben, nee, der ist dieses Schubladendenken manchmal, weißt du, was ich meine? Und so habe ich das Gefühl gehabt, dass vielleicht der ein oder andere auch gesagt hat, nee, der Hansi, der war zwar Bayern-Spieler, der war aber Co-Trainer von Löw, der ist Co-Trainer, ist super. Und, weißt du, was ich meine? Und dann haben sie gemerkt, ah nee, aber der, der ist eigentlich ganz, der ist, mach das jetzt so. Oder es kommt mir so vor, ah, find ich keiner? Find ich keiner? Hab da keiner gewonnen? Hansi, mach ich noch einen Monat länger? Ich glaube, am Anfang war es auch so. Oder? Danke. Danke. Also, brauchst du auch keine Angst, aber die können hier gar nichts machen. Erstens war 30 Stunden nach Schreber, glaube ich, 2023 habe ich schon gelesen. Und zweitens, ich kenne so viele Türken, Libanesen, wir helfen die. Nein, aber, nein, es war einfach, es waren zwei Spiele, so war es ja ausgemacht. ja, und danach, ja, war es halt einfach, wirklich, es hat gut geklappt. Wir haben gegen, gegen Pirrius zu Hause gewonnen, Champions League, dann gegen Dortmund, wirklich ein begeistertes Spiel gehabt. Und dann, dann war die Länderspielpause und, und dann hat man halt einfach gesagt, okay, jetzt warten wir mal ab. Ja, und vielleicht war es am Anfang auch so, dass keiner auf dem Markt war. Ich sage, das ist ja okay gewesen. Und, nein, das ist, muss man einfach auch ehrlich sagen. Und dann, und dann, hat es halt so entwickelt und so. Das finde ich so krass, weil es kam auch so rüber. Ich sage, ich denke so, hey, warum macht, weil gut, weil wir, man kennt sich ja schon und dann ist man, dann sieht man, jetzt nehmen sie ihn für ein Tag, was soll das, ein, zwei Tage. Und dann denke ich, nehm doch ihn doch jetzt, er macht es doch super. Verstehe ich? Ich kenne jedem, jedem Ohrfeier, das mache ich nicht, ich bin gegen Gewalt, Leute, aber ich kenne jedem, jedem Ohrfeier, seid ihr blöd oder was? Den musst du, den musst du auch nehmen. Aber das ist ganz normal. Aber ich denke mal, da haben viele Faktoren mitgespielt, dadurch, dass du auch, wenn du die zwei Spiele, oder wo du gesagt hast, zwei, wenn du die verloren hast, dann hätten sie gesagt, das ist ja auch schon so, in dem Moment, das Gute ist ja, du bist ja da reingegangen, so ohne Erwartung. Ja, das ist schon, das ist absolut, also einfach mal versucht, dass man die Mannschaft, ja, so ein bisschen motiviert, dass man, dass man vielleicht das eine oder andere verändert und sie haben das echt sensationell gut umgesetzt und ja, auch von die Art und Weise, wie sie natürlich auch immer wieder im Training hohe Qualität aufbringen, das macht einfach Spaß. Du bist ja rein, ich will das einfach mal wissen, ich denke auch viele Fußballfans, die haben dich angerufen. Und wer hat dich angerufen? Darfst du das sagen? Wann? Ja, als du gesagt hast, nee, wegen, zum Bayern, also bei, als du gesagt hast, hey, trainier mal, mach mal zwei Spiele. Nein, nein, ich war ja schon bei Bayern, ich war ja Co-Trainer, ich war ja mit, unterm Niko Co-Trainer, da haben sie ja Niko entlassen, Niko Kovac, und dann haben sie ja gesagt, okay, kannst du dir vorstellen, ich habe dann mit Niko zwei Spiele zu machen. Ich habe mit Niko telefoniert, da habe ich gesagt, Niko, ist das für dich okay? Weil, ich meine, wegen Niko bin ich ja zu Bayern gekommen, ich bin dem ja auch sehr, sehr dankbar, und Niko ist ein ganz feiner Mensch, ja, und genauso wie, wie sein Bruder Robert, und wir haben uns gut verstanden, wir stehen uns heute auch immer noch gut, wir telefonieren immer mal wieder, und deswegen bin ich halt für das auch, auch natürlich dankbar, und dann haben wir halt Bayern Münch hat mich gefragt, ja, also es hieß dann, ich glaube, der Hassan hat mich angerufen. Hassan? Ja. Walla. Braco, genau. Hey, ich habe einen, pass auf, ich mache den weg, und dann kommst du. Das ist geil, Hassan ehrlich, das wäre geil, dass der Hassan heißt. Nee, ich bin zu gut, sorry, nee, ich darf lachen, ich finde es gut, nee, weil ich habe eine andere Assoziation, Hassan, ich denke, ich habe immer Paranüsse knacken mit der Arschbacke, deswegen, guck mal. und der hat dann, und dann, nee, nee, ich meine, Leute, die lachen sich ja kaputt, deswegen muss ich, ich muss ja ernst bleiben, Leute, das Hassan ist fliegt, nee, 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 aber das stimmt, und dann, und dann machst du die zwei Spiele, dann gewinnt es. Genau, und dann ist es halt so weitergegangen, das war halt, ich sage mal, man kann es ja auch so als Momentum nennen, oder sehen, letztendlich, es gibt so Momente, und da musst du halt gucken, dass es läuft, und das war halt, ich sage mal, mein Momentum, oder auch von meinem Trainerteam, muss man sagen, ich habe einen Hermann Gerland, der wahnsinnig viel Erfahrung hat, der die Mannschaft gekannt hat, habe ich mit dazu genommen, und ansonsten auch, der ganzen Trainer-Stuff, das ist top. Und die jungen Spieler haben dich auch sofort, hast du sofort gespürt, das ist sofort die Chemie da, dass die, ja, das war ja auch schon vorher, das war ja schon vorher als Co-Trainer auch, du hast ja auch Kontakt zur Mannschaft, und, ja, also ich, ich denke schon, dass es gut harmoniert. Super. Ich freue mich da richtig, weil es ging ja dann so, und jetzt haben sie gesagt, das habe ich jetzt gelesen, also ich habe jetzt alles gelesen, aber bis 2023 ist der Vertrag jetzt verlängert. Super. Das heißt, ihr habt jetzt ein Double, also ihr deutscher Meister, Pokalsieger, und jetzt, wann fängt das mit Champions League? Wann fängt das an? Wir haben jetzt, wir haben jetzt noch bis 20., oh ne, bis 19. Urlaub, und am 20. treffen wir uns, schön wäre es, ja, Juli, Juli, also es ist noch ein paar, du schon, ja. Nein, 20., also 20. treffen wir uns, dann haben wir den ersten Test, kriegen wir wieder hier so, schön, Stab in die Nase gesteckt, und so, also das ist halt, wir müssen dann drei Tests machen, bevor wir wieder mit dem Mannschaftstraining beginnen können. Okay. Und, ja. Wo trainiert ihr dann in Bayern? In Münchner, in Sieben, ja. Also zuerst mal mal Cybertraining, das ist, was ist das? Cybertraining ist halt, jeder ist dann zu Hause, hat seine Unziehen zu Hause, weil, weil du natürlich dich nicht treffen darfst. Ach. Und wir haben dann bei uns eine Kamera, ähnlich so wie das hier ist, sorry, ähnlich wie das hier ist, und alle sind zu Hause, die haben dann halt auch, ja, der Thomas Müller, ja, Hast du nicht gesehen? Ich habe Cybertraining. Es gibt so Videos, gibt so Videos, musst du mal angucken. so offen zu Hause. Ich dachte, du hast dich vorbereitet. Ja, ja doch, aber Cybertraining, ich gucke in das Cybertraining von Thomas Müller auf Borteng wieder. Aber, aber, das Geile ist, du hast hier jemanden sitzen, der eigentlich, der sich richtig vorbereitet hat. Also ich, für das, dass ich eigentlich nichts weiß vom Fußball, weiß ich gerade sehr viel. Wahnsinn, ja. Und, ne, wirklich. Ja, ich glaube so. Ich weiß mehr von dir als vom Fußball, das ist auch schon gut. Ne, aber, trotzdem schätze ich das natürlich sehr, den Erfolg und dies und das und darum geht es mir. Deswegen habe ich auch dich eingeladen. Jetzt nur wegen Bayern und dass du deutscher Meister geworden bist und mit einer Mannschaft so weiter. Weil das, du hast ja auch mal was Arschständiges gelernt. Sonst wird ja, deine Mutter jetzt sagen, Bankkaufmann. Ja. Bist du Bankkaufmann? Ja. Das ist so krass. Genau. So richtig. Weil, ich habe mir, ich habe wirklich, da gibt es so Abschlussprüfungen, habe ich mal im Internet nachgeguckt und ich habe, habe ich das hier, ach hier, guck mal, das ist gut. Ich mag gucke, ob du noch, bist du bereit? Du hast ja wirklich Prüfungen gemacht. Hast du richtig? Ja, aber es war schon, boah. Wann war das? 37 Jahre her. Ich dachte, 1937. Nein, 37 Jahre her. Ja. Ich habe gerade recht, ne? Ich war schon 18. Stimmt. 18? Ah ja, stimmt. 18. Okay, da, guck mal, was auf, das war jetzt, weiß ich nicht, ob das vor 37 Jahre war, die Prüfung, aber ich habe mal zwei Fragen, mal gucken, ob du noch was weißt. Okay. Wie heißt der offizielle, wie heißt der, wenn ich jetzt so lesen würde, wie heißt der, wie heißt der offiziell berechnete Tagesgeldzinssatz für den Euro? Ach du Schande. Euro gab es bei mir nicht, also da bin ich nicht draußen. Ja trotzdem. Da gab es noch keinen Euro. Aber ich weiß auch, es gibt vier Antworten, es gibt vier Antworten, du kannst ja, okay, du kannst raten. A, Euribor, B, Eonia, C, Likör, ne, Libor, sorry, D, Diskonzats. Warte mal, die Antworten sind nicht drauf. Sind nicht drauf? Ne. Okay, guck ich auch nicht hin. Die Antworten sind Gott sei Dank nicht drauf. Boah. Aber die erste, nur die erste Frage, erst mal gucken. Darf ich den Telefonjoker holen? Ein Telefon, wenn will ich anrufen? Der Stefan. Wer ist denn der Stefan? Stefan Kleiber. Ach so, der Kleiber. Aber ich weiß gar nicht mehr, wenn mir jetzt irgendjemand anrufen wird. Was würde ich sagen? Ratet mal. A. Eure Boah, ne, es ist Eonia. Sehr schön, auch guter Name. Hätte ich auch noch gewusst. Guck mal hier, aber das könnte ich vielleicht noch wissen. Sie können doch fragen, wie viele Werktage beträgt der gesetzliche Mindesturlaub für einen 17-Jährigen Auszubildenden? 24, 25, 27 oder 30? 24, 25? Ich würde 30 geben. Okay, fast richtig, 27. Okay. Das ist krass, gell? Dann hier noch eine andere Frage. Ich dachte, es waren nur zwei Fragen. Ne, ich habe noch eine, die ist ungesprachlich. Okay, das ist ein Schrift. Ein Bankräuber, Achtung jetzt, ein Bankräuber kommt in die Bank. Ist es eine Frage oder ist es ein Lied? Das ist eine Frage. Okay. Was machst du? A, du fährst in die Unmacht. B, du drückst den Knopf. C, du machst mit. Oder D, du sagst, halt die Kurs, du hast einen Mundschutz, sagst du nicht auch. Genau. Okay, das ist die richtige Antwort. Ne, aber das ist geil. Also, das ist richtig Ausbildungsgeil. Aber wie kam die Liebe zum Fußball? Über die Eltern schon? Oder wie? Ja, das war, das war schon relativ früh. Als Kind schon raus, raus, die Fußball. Ja, mein Vater hat Fußball gespielt und, ja, jetzt auch in Mücken noch, aber das war dann, was war das, A-Klasse, B-Klasse, relativ tief. Aber ich habe mich halt immer, ja, jeden Tag, haben wir gekickt auf der Straße. Damals konntest du es ja noch. und ich hatte mit, ich glaube, fünfeinhalb war ich da, oder es war knapp sechs, habe ich ein Auto, ich bin ein Fahrrad in ein Auto reingefahren, Oberschenkel gebrochen und, ja, damals war es echt schwierig, weil sie wollten mir einen Nagel setzen. Wie alt warst du? Ja, fünfeinhalb oder sechs, ich meine, es müsste sechs gewesen sein, weil im Sommer bin ich dann, also September bin ich in die Schule gegangen und es waren, glaube ich, zwölf Wochen, wo ich Gips hatte und, boah, also das war dann, das war schon, ja, ist aber auch schnell rumgegangen. Und, ja, und dann war es, dann war es halt so, es war, jede, jede Minute hast du halt Fußball gespielt, auch mit den Kumpels und dann musst du dann natürlich auch, das sind wir immer, wir haben unten ein Tal gewohnt, oben war der Sportplatz, da musst du halt immer hoch, ja, mit dem Fahrrad und alles und, und da hast du halt immer dich verabredet und dann musst du halt auch selbst, ja, kreativ sein, ja, ob was für Spieler machst du, wenn es ungerade ist, wie machst du es dann und dann hast du halt die Besseren zusammen und dann hast du halt, die haben dann ein oder zwei mehr gehabt und, und so war das, hat es halt immer Spaß gemacht. Ja, und dann bist du dann irgendwann im Verein, ich habe ja nur gelesen, dass du auch oft Verletzungen gehabt hast. Ja, das war dann, das war dann eher, sagen wir mal, in der Zeit in München und dann in Köln als Profi dann, ja. Und, ja, ich sage, wie geht man damit um, wenn man so, also ich war in meinem Leichtathletikverein, ja, und im Kader-Training und so weiter und wirklich auch mit der Mannschaft damals, Was hast du gemacht? Fünf Kampf. Ja, und wir waren, ich war damals, wir sind Vierter geworden in der Deutschen, also Vierter Platz bei der Deutschen Meisterschaft, aber nur deswegen, weil damals war gerade so die, die Wende, sag ich mal, und dann sind zwei Ossi-Mannschaften vor uns, eigentlich wären wir Zweiter geworden. Er ist aber wirklich einer von, war so damals, dann sind zwei und da waren, verstehst du, ich war 15 und da kommt ein Kugelstößer, den ich antreten muss und ich dachte, was ist das? Ist der 15? Ja, ich bin 15. Weißt du, so war das dann, alter Vater, der war zwei Meter schon so bärvoll gedobt, am Ende war es doch eine Frau, weißt du, also es war, nee, also, nee, weil die sind ja gespritzt worden, alles oder so, also es gibt zum Beispiel wieder Shitstormer, weil es war damals so, ich war dabei, ich habe es gesehen, also ich habe nicht gesehen, wie er gespritzt worden ist, aber das waren Maschinen und da denkst du, jetzt soll ich gegen den 100 Meter rennen, da hat der nicht mal Spikeschuhe gebraucht, weißt du, der ist barfuß da, so hat er ausgesehen, und da konnte ich gar nicht, also das war, ich bin fast verreckt, super Türk und dann hin und dran und dann, ja, die drei Aussagen sind ja voll, weg, und das war, und da weiß ich noch genau, da habe ich mich oft verletzt, weil hier Muskelfaserriss, einmal muss ich dazu sagen, habe ich mich, das war beim Abitur, ich habe ja Leistungssport gehabt, Sportleistungskurs, man glaubt, sind es russisch und Sport, und ich habe mich wirklich, und das sage ich heute, sage ich mal die Wahrheit, ich war so ehrgeizig, ich war immer so 13, 14 Punkte, also so eins, 15 ist immer das Beste und so, aber es gab ja noch Theorie und so weiter, und ich wollte, bei Leichtathletik wollte ich auch mindestens eine Eins haben, ja, weiß ich gar nicht, und ich habe gemerkt, beim 1500 Meter Lauf, die Zeit schaffe ich nicht, dann habe ich mich, und Leute, das ist jetzt die Wahrheit, das ist eh verjährt, ich kann nicht mehr, habe ich mich extra, wie so fallen lassen, und habe mir, ich Idiot, habe mir irgendwie mit meinem eigenen Spike, und die Narbe habe ich noch, guck mal, ich meine, oh, jetzt ist die Hose kaputt, siehst du die Narbe hier, diese Narbe, siehst du die Narbe, diese Narbe, Leute, siehst du, die ist vom damaligen Spike, also da habe ich mir mit dem Nagel, mir selber so neiggeritzt, das war für mich aber in dem Moment cool, weil ich dann gesagt habe, ja, jemand ist mir mit dem Spike rein, und deswegen bin ich gestolpert, und deswegen bin ich hingefallen, da gab es noch keine Videoüberwachung, oder? Nein, keine Videoüberwachung, und dann haben die gesagt, das war zwar getürkt, im wahrsten Sinne, aber, aber das war wirklich so, und ich habe mich fallen lassen, und habe dann gesagt, ich war so ehrgeizig, dass ich in dem Fall, weil ich wollte, ich wusste, wenn ich das nicht schaffe, dann darf ich die Prüfung nochmal machen, aber ein Jahr später, das heißt, ich habe mein Abi zwar 95 offiziell geschafft, selbst wenn ich eine 6 gekriegt hätte, deswegen haben die, habe ich gesagt, okay, du hast dein Abi geschafft, mit 95, aber ich habe trotzdem Zivildienst gemacht, und danach musste ich nochmal die Sportprüfung machen, dass ich offiziell diese Abiturnote dann kriege, und das Krasse ist, ich habe ein Jahr gewartet, habe dann trainiert, und habe mich wieder kurz vorher verletzt, kein Witz, und da habe ich es halt durchgezogen, da war ich natürlich nicht so, aber dann hat es dann insgesamt trotzdem, Abi 2.2 war immer okay, aber ich habe so ehrgeizig, dass ich mich, und deswegen weiß ich, ich war so verletzt, und das hat mich auch angekotzt, und da habe ich dann irgendjemand gesagt, ja, mit dem Sport, das wird nichts, also ich werde zwar fit sein, sportlich sein, aber das Sport, das ist, deswegen weiß ich, wie das frustriert, und wenn du jetzt auf einmal Profispieler bist, diesen Druck, das habe ich mir damals schon immer gesagt, hey, es gibt ja Leute, die verdienen da mit ihr Geld, ja, und deswegen, es wird ja immer so geschimpft, ja, Bayern-Spieler, und so, die verdienen, und die Fußballer verdienen, aber dann sage ich mir, hey Leute, aber wie schnell kann es vorbei sein, und wenn der dann vielleicht ein paar Millionen verdient hat, mit Anfang 20, aber er verletzt sich, und muss ja mit dem Geld dann irgendwie auskommen, sage ich jetzt mal, es sei denn, wenn der dann noch einen Job hat, das finde ich so, diese Existenzängste, die man als Spieler hat, das habe ich ganz schön lange ausgeholt, aber, aber, er wollte schon auf Toilette gehen, ja, aber wie war das für dich, ich wollte ein paar Minuten Zeitgut machen, aber wie war das für dich, dieses Gefühl, hast du diese Existenzängste mal gehabt? Nein, eigentlich nicht, eigentlich nicht, weil, ja, wie gesagt, du brauchst natürlich schon auch eine gute Basis, und die hatte ich halt immer, und wenn du dich verletzt hast, klar, ist es halt immer ein Rankämpfen wieder, wieder verletzt, riesen Enttäuschung, ich meine, am Anfang war es ja eher so Bänderverletzungen im Knöchel, ja, und auch mal hier einen Cut, aber das war nicht so schlimm, dann Pneumothorax, wo Lungenflügel praktisch, du bist gegen jemanden gerannt, oder? Ja, hat mich halt einer hier, aber das passiert halt mal, und, die schlimmste Verletzung, die ich halt hatte, war, wo ich auch Karriereende dann machen musste, das war das Kreuzband gerissen, das vordere Kreuzband, und, ja, es ist, irgendwann habe ich dann auch für mich gesagt, hey, es hat halt keinen Sinn, vielleicht ist mein Körper nicht geschaffen für den Leistungssport, für den Kofi-Sport. Aber ich meine, fünf Jahre war ich ja fast, vier, fünf Jahre bei mir. Ja, acht Jahre insgesamt, acht Jahre insgesamt, ich war fünf Jahre bei Bayern, dann nochmal in Köln, und in Köln habe ich dann, wie gesagt, meine Karriere beendet, oder beenden müssen, aber es ist dann auch so, es ist dann, ja, wie sagen wir so, so eine, ja, wie soll ich sagen, so eine Zeit, wo du dann halt einfach beenden musst, ja, und das war der richtige Moment, und dann ging es halt weiter, dann musst du halt, Und da war ich schon wirklich so cool geblieben? Wie kann man es so sagen? Ja, es war schon so, dass ich, dass ich praktisch, ich glaube so eineinhalb Jahre, oder fast zwei Jahre, habe ich kein Bundesligaspiel mehr angeschaut. Ich war in keinem Stadion mehr drin, weil ich einfach für mich gesagt habe, okay, ich mag das jetzt, ich kann es, ich kann es aktuell nicht. Also, weil es dich enttäuscht hat, oder gefrustet hat? Ja, einfach, das hat weh getan, wenn du so Spiele angeguckt hast, weil du halt auch noch in dem Alter warst, wo du sagen konntest, ey, der hätte ja auch noch spielen können. Und, logisch, spiel so lange es geht, solange du Leistung bringen kannst, solange spiel Fußball. Weil das ist einfach auch die schönste Zeit, die schönste Zeit, die man hat. Und, ja, deswegen ist, glaube ich, auch wichtig immer, dass man auch immer versucht, sich weiterzuentwickeln. Ja. Und, Das hast du ja gemacht, du bist ja, aber du bist ja, hast du ja mal, wir hatten ja auch schon mal so, hinter der Kamera auch, habe ich gesagt, das muss ich aber eigentlich noch mal sagen, weil du gesagt hast, das am Büro, im Büro, das ist, als Funktionär, war ich auch tätig, das ist aber nochmal, das ist ja so, war nicht so dein Ding, oder, oder, wo du gesagt hast, das hast du jetzt nicht so 100%, hast du nicht so gefühlt, dass du angekommen bist. Also, es ist dann schon das jetzt, was du jetzt machst. Also, klar, es ist, ich sage es mal so, ich habe ja als Co-Trainer dann, auch beim DFB, bei Jogi Löw, und dann bin ich ja Sportdirektor geworden. Aber die Zeit, die Phase, die war, die war für mich, wahnsinnig lehrreich, weil du natürlich auch, wir haben gemeinsam die Spielphilosophie, die Spielidee des DFBs auch festgezurrt, entwickelt, ja, und das hat mir natürlich auch geholfen, für meinen jetzigen Job, ja, und das war, das war einfach eine schöne Zeit, aber es war eine intensive Zeit, und du hast ja, ich habe dann ja irgendwann mal, von Mai bis September, habe ich 15 Tage zu Hause geschlafen, und das ist natürlich auch enorm viel, wo du unterwegs bist, und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, das ist mir einfach zu viel, das ist zu much, und wenn ich was machen möchte, dann will ich es ja richtig machen. Die Zeit in Hoffenheim, da haben wir ja kurz schon drüber gesprochen, ist einfach auch jetzt so gewesen, dass ich sage, lehrreich, ja, unter dem lehrreich, musst du das Beste draus machen, und ich glaube, das habe ich dann letztendlich auch gemacht, und ich kann damit auch ganz gut umgehen. Und jetzt war vor dem Pokalfinale, das waren so drei Tage vorher, wir haben aufgebaut, und da ist mir das gekommen, die Sonne hat gescheint, ja, und du baust dann halt auch Übungen auf, und Mannequins, die kleinen Hütchen, und was weiß ich, alle Tore, und, 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 einfach vorbereiten, dass die Mannschaft, wenn sie kommen, dann direkt anfangen kann, und dann habe ich auch für mich gedacht, das war so, ich glaube, neun Uhr, so, um die neun Uhr rum morgens, und, einfach schönes Wetter, du bist draußen, und dann habe ich auch zum Hermann Gelland danach gesagt, Hermann, weißt du, und ich habe vier Jahre eigentlich im Büro gesessen, ja, vier Jahre eigentlich gesagt, wo ich, boah, aber auf der anderen Seite muss man einfach so, du hast, du hast dich entwickelt, weiterentwickelt, und das ist halt jetzt, so wie wir es vorhin gesagt haben, der Momentum, und das muss ich jetzt genießen. Ich weiß auch, dass es vielleicht wieder ganz anders sein kann, deswegen genieße ich jetzt so, wie es jetzt gerade ist, fokussiere mich aber immer auf das, was kommt. Ich meine, die Meisterschaft ist abgehakt, Pokalsieg ist abgehakt, ja, und jetzt kommt halt Champions League, und es geht ja immer im Leben auch darum, nicht so sehr mit dem, was du erreicht hast, sich beschäftigen, sondern was in der Zukunft liegt, was für eine Ziele hast du jetzt, was genau die neue Aufgabe geht daran, und damit fahre ich wirklich ganz gut, und da konzentriere ich mich auch wirklich 100 Prozent, und das ist so das, was glaube ich auch die Mannschaft so verinnerlicht, dass sie auch sagen, okay, wir haben das jetzt geschafft, die sind heiß, aber sie wissen auch ganz genau, jetzt runterfahren, Energie tanken, und dann wollen wir nochmal eine intensive Champions League Phase einleiten. Welcher Spieler ist so am heißesten, würdest du sagen? So wie manche? Ah, nee, ich meine, kommt die Anneliese gerade aus dem Glück. Die Anneliese, okay, alles klar. Der Hans. Nee, ich hoffe, wo du merkst, ich meine, die sind ja alle motiviert, aber jetzt habt ihr den Leroy? Ja. Sané, der ist jetzt neu, der kommt vom Typ her auch mega rüber, ist er auch so ehrgeizig? Ja, also er ist schon ehrgeizig. Sind sie alle so ehrgeizig? Das muss er aber auch sein, das muss er auch sein, ehrgeizig, weil, das wird halt auch erwartet, wenn du bei Bayern München spielst, erwartet man auch, dass du Top-Leistung bringst, und das hilft den Trainern natürlich auch, weil da natürlich auch, ich sage mal, die Grundeinstellung von allen auch dementsprechend ziemlich sehr, sehr positiv und sehr, sehr leistungsorientiert ist. Aber was jetzt die Mannschaft, ich kann, muss ja wie gesagt, das ist so im Moment einfach ein Traum, so eine Mannschaft auch zu betreuen, weil jeder halt auch absolut fokussiert ist, ja, fokussiert und ist halt auch, will auch Leistung. Gibt es Lieblings? Nein, das ist schwierig. Das will ich auch nicht sagen, aber es gibt, es gibt schon, ich meine, es gibt verschiedene Charakteren, und es gibt Spieler, die schießen vorne die Tore, aber genauso gut ist es auch wichtig, dass du auch Spieler hast, die dann in der Defensiv oder dem Mann stehen. Und dann hast du natürlich auch junge Spieler oder auch Spieler, die jetzt den nächsten Schritt gemacht haben. Wenn siehst du gerade, der jetzt eventuell noch auf der Ersatzbank ist, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus, aber wenn, alle Fans warten jetzt wahrscheinlich vorhanden, aber wo du sagst, der hat noch, der hat riesen Potenzial, der könnte in den nächsten ein, zwei Jahren in Bayern, wenn du jetzt einen Arm sagst, ist es schlimm? Nein, es ist, man muss einfach auch mal sagen, die ganzen Jahre zuvor war es ja so, das ist ja mal aus Thomas Müller, David Alaba, wer ist jetzt noch dabei, das sind ja Spieler, die aus dem Nachwuchsleistungszentrum kommen oder aus dem Nachwuchsbereich bei Bayern München auch gespielt haben, dort angefangen haben, der Jugend, dann es geschafft haben, auch sich bei den Profis zu etablieren. Und das war ja die ganze Zeit eigentlich nicht mehr so. Und jetzt muss man sagen, wir haben Joshua Zierze, wie ein talentierter Spieler, talentierter junger Mann, der uns auch, muss man auch sagen, der hat in Freiburg das 2 zu 1 gemacht, also mal auch drei Punkte geholt, haben wir 3-1 dann gewonnen, der kam rein, erster Ballkontakt, Tor, dann auch gegen Wolfsburg, erster Ballkontakt, Tor, also zweimal, wo er uns vier Punkte gerettet hat. Das heißt, der eigentlich nicht geplant war, direkt festzuspielen. Nein, auch nicht, und der hat Qualitäten. Aber genauso wie Oli Batista Maier, auch ein junger Spieler, meines Erachtens, sehr talentiert, aber er braucht auch noch ein bisschen. Aber was jetzt in ein oder zwei Jahren passiert, das wird sich zeigen. Und da muss ich auch ein riesen Kompliment, auch da dem Campus machen, weil sie auch jetzt gute Arbeit machen. und deswegen ist das natürlich schon, wenn sie sich fragen, wenn sie sich fragen, Bundestrainer, was würdest du machen? Jetzt hat erstmal, Jogi ist ja noch da und ich habe noch Vertrag bei Bayern München. Aber das geht nicht. Man kann nicht Bayern sagen und dann bist du noch Bundestrainer. Das geht nicht. Das wäre aber cool. Ich kann mal schon in andere Sportarten geht das als öfters. Es gibt ja so manchmal so Sachen. Aber gut, ich kann reden mit... Ich meine, du bist jetzt in Bayern, also du hast jetzt deinen Wohnsitz auch in Bayern. Das ist ja klar. Und wie ist es, mit Bayern umzugehen, wenn du so... Ich finde es halt... Du kommst aus unserer Region. Ich meine, der Harald hat ja schon das Intro gemacht. Hast du ja mitgekriegt vielleicht den Harald und... Also die verstehen mich auch und ich verstehe sie. Das ist das Wichtigste. Ja, du sprichst ja so schon relativ Hochdeutsch. Also für mich. Ja, kann man sich vorstellen. Für mich. Nein, aber du, ganz einfach, ist ganz einfach. Ich habe ja von 85 bis 90 waren wir ja in München und für mich war es einfach nach Hause gekommen. Das war wirklich auch so. Das ist so wie zweite Heimat. Man fühlt sich wohl. Man kennt viele Leute noch. Ich habe immer noch Freunde. die kenne ich seit über 30 Jahren, die da unten wohnen und die jetzt natürlich auch wahnsinnig begeistert sind und wir haben immer Kontakt gehabt und das war einfach schön. Es gibt ja auch Wörter, die sind ähnlich. Zum Beispiel, ich muss Brunze gehen, sagt man da. Ich brunze. Brunzen. Brunzen. Ich brunze. Hat er auch. Guck mal. Angriff. Ich brunze, du brunschst. Wir werden gebrunzt haben. Kennst du das? Wir müssen brunzen. Das sagen die auch. Muss brunzen. Muss sagen, sagen die. Oder was, ich kann den, weißt du was, ich kenne ein paar Wörter, weil meine Mama, die ist zwar in Ungarn geboren, also die ist so, man nennt sie die Donauschwaben, die sind dann vertrieben worden. Und deswegen hat die meine Tante manchmal so richtig so, das klang fast manchmal wie Bayerisch. Und da kenne ich echt Wörter, wo auch in Österreich wiederum, die Leute sagen, hey, wo kennst du diese Wörter alle? Hast du das gelernt? Weil meine Mutter manchmal so gesprochen hat, zum Beispiel Schirr. Also Schirr ist, hässlich. Ja, ist super. Aber da merkt man schon, da bist du schon mittendrin. Und da gibt es ja schon ein paar Schirr auch beim Fußball, da gibt es auch ein paar Schirr. Bei uns nicht. Ja, genau. Der Ding hier, der Titan, der ist auch dabei. Ich habe den Marc erlebt, der ist ja immer noch in der Maschine, wenn du dann so Hallo sagst. Ja. Da habe ich echt gedacht, der läuft durch dich durch. So, der hat so Handdruck so, bei irgendeiner Gala war der Mann. Und wenn würde ich sagen, wie ist das mit Hoeneß? Ist das so, wie ist der vom Mensch her? Ist das so, wie er ist? Also ist das so? Nein, Uli, ich kenne Uli ja schon lange, also von daher, ganz normal, so wie immer auch. Für ihn steht halt Bayern München im Fokus und genauso wie auch für Kalle Rummenigge. Das sind einfach, ich sage mal, das sind einfach Fußballfachmänner, die ja schon absolute Experten, die für den FC Bayern sehr, sehr viel gemacht haben und auch erreicht haben mit dem FC Bayern und die sind sehr, sehr gut aufgestellt haben. Deswegen ist es einfach auch schade. Jetzt ist Uli ja aus, ja, was ist er ausgedrehen? Er hat aufgehört bei Bayern München und ich glaube, in zwei Jahren ist es beim Kalle auch so und das ist eigentlich schon schade, weil der Verein natürlich auch von solchen Persönlichkeiten auch gelebt hat und ich weiß sogar noch als Kind Rummenigge, da gab es doch dieses Lied Rummenigge, Rummenigge und ich weiß noch genau, auch mit der, damals mit so Kärtschen hat man so, wie nennt man das nochmal? Aber da kam keiner. Nee, das sind so Panini und da hat man so gefletscht, so weißt du so, ja und da habe ich immer Rummenigge, habe ich in der Hand gehabt, Fursch Rummenigge, und dann habe ich den Rummenigge verloren, das war ich ganz traurig als Kind. Ich habe damals, es gab so ein paar, da habe ich den Rummenigge verloren, weil der Rummenigge war so sein Gesicht und so, das haben die ja manche, die haben ja ganz komische Gesichter auf diesen Panini. Ich habe also, Bayern hat mal beim VfR gespielt, Freundschaftspiel und da war ich auch da mit meinen Eltern, meiner Familie und dann bin ich praktisch bis zum Bus reingekommen, also das war der Rudi Egerer, Busfahrer, bin ich drin gewesen und vorne war der Kalle Rummenigge hat mal Autogrammkalle gegeben und der Rudi Egerer war ja auch mein Busfahrer, als ich beim Bayern gespielt habe, was weiß ich, wie viele Jahre später das war, das ist schon krass und jetzt ist es auch so, dass ich mit Kalle ganz gut zusammenarbeite, das ist schon Wahnsinn, also wie so der Kreis sich immer wieder schließt. Ja genau, das ist ja das Komische, es gibt ja zum Beispiel auch bei mir in meiner Branche gibt es manchmal Leute, wo du sagst, die siehst du im Fernsehen oder die kennst du irgendwie und auf einmal triffst du die persönlich. Also ich weiß noch genau, Morgan Freeman oder so, der Schauspieler, das ist jetzt kein Comedian, aber das ist ein riesen Schauspieler und der habe ich bei der kurzen Kamera mal kennengelernt und so, das ist auch eigentlich viel größer als der Dr. Weckle und du merkst eigentlich das ist eigentlich ganz normal, also so wie man halt normal sein kann, aber du hast nie das Gefühl gehabt so, die es geschafft haben auch so, dass die alle, es gibt da auch ein paar Idioten überall in jeder Szene und da kommen die Branche überall, aber so die, von den meisten bin ich Gott sei Dank nicht enttäuscht worden, also die man so, wo man so gewundert hat und das ist ja, stelle ich mir bei dir jetzt offen, dass du jetzt sagst, du bist da, du fängst da an als 5-, 6-Jähriger, auf einmal bist du bei, ich meine hey, Bayern-Spieler zu sein, das ist ja für viele, für Fußballer ist das ja, auch wenn sie vielleicht dann ja in einer Mannschaft sind, aber eigentlich ist es für jeden so, erst mal so ein Traum, kann ich mir vorstellen, Fußball, diese Mannschaft da, die so viel schon gewonnen hat und oft auch, meistens auch gewinnt und da will ja irgendwie jeder dann auch hin, klar finanziell für viele auch mega, aber, und dann bist du auf einmal da drin und wenn du jetzt so zurückblickst, so jetzt auf dein Leben, wie du eben vorhin gesagt hast, so jetzt treffst du den, jetzt geht der, aber wie siehst du, wie kannst du sagen, ich hätte es genau so wieder gemacht, so wie dein Leben jetzt war oder würdest du sagen, Also wenn ich jetzt das Ergebnis sehe, dann muss ich eigentlich sagen, ja, ja, ich würde es genau wieder so machen. Ja, ich glaube, Was hätte ich anders gemacht, wenn es nochmal hätte ich machen können? Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich öfters verletzt war und wenn ich jetzt das heute sehe, das muss nicht damit zusammenhängen, dass ich jetzt vielleicht weniger verletzt wäre, aber zumindest heutzutage ist halt einfach ja auch die Trainingslehre viel, viel weiter und das sind so Dinge, die damals, hast du einen Beinkurl, hast du, ja, isoliert trainiert und das war halt auch für, ich glaube, einfach für mein Knie auch nicht das Optimale. Heutzutage trainierst du ganz anders und wenn, natürlich damals die Möglichkeit gehabt, das wäre so eine Sache, was ich gern erlebt hätte, genau so zu trainieren, wie die heute trainieren. Ich glaube, das einfach da, bei uns war eine Legpress, ja, bei Bayern München, die stand so auf dem Aufgang zur Halle, ja, und ich glaube, noch eine andere, ich glaube, Langhandel oder was weiß ich auch immer, das war nicht viel, ja, und jetzt haben wir, ich glaube, drei Fitnessräume, wo du natürlich auch für deinen Körper auch trainieren kannst, ist schon mal ganz andere Voraussetzungen und das wird mir halt nochmal gefallen. Du hast damals noch nicht Christos Caravacidis gelesen. Damals, damals noch nicht, nein. Der ist ja nicht passiert, der ist ja, der ist ja mega, ich mache jetzt mal Werbung für jemanden, weil der ist cool, von Carafit, Christos Caravacidis und der, der ist mega, ich habe den heute extra, weil der hat gesagt, der kennt dich und hat dich schon behandelt und so, ich sage, komm, und dann hat er sich extra heute freigenommen, Christos. Ja, so klein ist die Welt, dann kommen wir wieder alles zusammen. Deswegen, das ist ja so, wo man dann wieder so zusammenkommt und das, ich glaube, das macht es, glaube ich, ich glaube, würdest du sagen, jetzt auch im Nachhine, deine Familie, dein, dass du so früh auch Großpapa, das ist ja mega, finde ich krass, habe ich schon damals gesagt, was mich schon groß, aber dass du so bodenständig geblieben bist, auch deine Frau, total bodenständig, wie sie jetzt, klar, so gut kennen wir uns jetzt nicht alle, aber so, der erste Eindruck zählt ja auch schon und das haben wir uns ja auch schon ein paar Mal auch gesehen, würde ich sagen, das ist der, also ich sage es ganz ehrlich, von meiner Seite aus, mein größter Erfolg ist meine Familie, also ohne die, weil du weißt ja, auf dieser Bühne, wenn du dann auch so in diesem Mittelpunkt dann stehst und dann SAP, 10.000 Uhr, dann komm ich nach Haus, weißt du, und dann machst du so, weißt du, und keiner gibt Applaus, weißt du, und dann kommen die Kinder bei mir und dann fahrt er auf die Knie, dann muss ich auf die Knie, machen die Hüe, Hüe und behandeln mich wie Pferd, ist es bei dir genauso, würde ich sagen, die Leute sehen dich als, oh, der Schieftrainer, Bayern München, aber wenn man dich kennenlernt, das kann ich absolut unterstreichen, das ist einfach auch wichtig, dass du, dass du, ja, eine Heimat hast und dass du da zu Hause fühlst und wohlfühlst und vor allen Dingen auch so nochmal, ja, ernst genommen wirst, wie du auch bist und ich kenne immer, das war auch so Zeiten, wo ich beim DFB gearbeitet habe, weil es ja oft so, dass du öfters mal weg warst und dann immer, wenn ich dann von Lama Richtung Baumertal gefahren bin und dann Baumertal rein, dann war das so, wo ich sage, okay, ich komme nach Hause und das war immer schön und das, ja, ich glaube, das gehört einfach auch dazu, wenn du jetzt irgendwo bist mit allem unzufrieden, dann kannst du nicht deine Ruhe finden, sondern du musst einfach sagen, okay, das ist genau das, was ich möchte, was ich habe, damit bin ich sehr, sehr zufrieden und das sind so Dinge, die, ich glaube, einfach wichtig sind, ja, und es gibt ja auch viele, ich sage mal, die, ich sage immer, wir haben ja vorhin über Geld gesprochen und für mich ist, klar, am Anfang ist es so, als ich zu Bayern kam, war auf der einen Seite, klar, erst einmal wichtig, boah, ich habe das Angebot von Bayern München, klar ist es dann, wird verhandelt, auch wenn du am Anfang als junger, als junger Kerl, wenn du von Sandhausen kommst, natürlich nicht groß da irgendwelche Forderungen stellen kannst, aber das ist, das war für mich dann zweitrangig, also du hast einen Vertrag abgeschlossen und dann war es in Ordnung, ja, und dann hast du es nur auf den Fußball konzentriert, und es gibt natürlich auch viele oder einige, die halt sagen, okay, immer wieder und immer wieder mehr und immer wieder mehr, wenn du mit dem nicht zufrieden bist, ja, so, dann, da wirst du nie zufrieden, und genau so ist es auch, ich sage einfach mal, mit Familie, mit dem Umfeld, das ist ganz wichtig, dass du da, ja, ich glaube, das gibt dir Kraft, das gibt dir Energie, ansonsten raubst du zu viel Energie und deswegen musst du halt gucken, dass dein soziales Umfeld einfach auch top ist. Ich finde, das war ein absolut geiles Schlusswort eben, Familie, also Leute, merkt ihr, hier sitzt jemand, der sagt es auch und ich sage es ja auch immer wieder, ohne Familie geht nichts, Familie hält dich bodenständig, Familie ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg, eine gute Familie, gutes Umfeld, sagen wir mal so, gute Freunde und ey, ich kann nur sagen, mach so weiter und selbst wenn du nicht immer gewünscht, für mich bist du der geilste Trainer, weil menschlich, ich habe vom Fußball zwei, aber ich gucke immer aufs Menschliche und wie du mit Leuten umgehst und der Jogi ist bestimmt, ich kenne ihn jetzt nicht so, bestimmt auch super, sonst hättest du ja nicht mit ihm auch so lange gearbeitet und so gut, aber wenn jemand so ist wie du oder wie Jogi, ey ohne Scheiß, für mich, das sind die wahren Trainer, wahren Spieler, die können genau dahin, wo sie sind und den Erfolg, hast du dir sowas von verdient oder das sage ich jetzt nicht, weil ich hier irgendjemand und gesagt, jetzt sag das mal oder das sage ich wirklich vom reinen Herzen, danke, dass du da warst, ich weiß, dass du nicht Podcast, jetzt überall zu jedem Podcast schenärst, sondern das machst du wirklich ausgewählt und ich sehe das wirklich als Ehre an, dass du das bei mir gemacht hast. Das ist nicht nur ausgewählt, sondern das Erste. Erste! Wahrscheinlich Einzige. Ja, ehrlich. Nein, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, ich habe auch gedacht, okay, so schlimm ist es gar nicht. Du hast ja gedacht, oh Gott, was kommt da? Was hat der auf Lager? Was hat der auf Lager? Er hat den Ramm rumgerüttelt, weil ich habe gemerkt, ich schreibe dem so, ja, ja, ich gucke mal und so, ne, und so und irgendwie und dann, aber ey, ich hoffe, du hast es auch nicht bereut, dass du jetzt hier warst. Es war sehr schön, auch von dir, diese menschliche Seite nochmal zu hören und auch über gewisse Dinge auch noch ein bisschen was zu erfahren. Also, besser kann es nicht sein, ohne Scheiß. Für mich war das ein ganz toller Podcast und eine riesen Ehre. Sehr gerne. Super, vielen Dank, dass du auch hier bist. Danke auch, ja, danke. Hansi Flick. Ja.